Er ist ein Mann und es hat eine Geschichte von Heinrich Moll. Der heute hier im Haus hört doch da oder zu. Der hat mich heute zweimal mein Telefon gebeten. Servus jemots. Kein. Foxy 1980 GS2 gestelle, grüß dich Geldsack. Captain Content, was ist da los? Was hört es denn hier vielleicht? Grüß euch. Vanillakokos, was ist das für ein Spaß? Mhm. 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 Du kannst es was der Handy ganz genau. Ah. Wieso wird gegen Juden geheizt? Was ist das nie für Leute? Okay, okay, okay. Passt aber auch. Ah. Hörst Manni, du bist Profi. Wo kommen die her? Um Himmels Willen. Ah. Mach Suppen, oder sind Manga Boots, die direkt posten. Okay. Da. 254 Zuschauer. Ja, ich sag's euch wie's ist. Überfordert mich natürlich, aber macht mich jetzt nicht so krank. Also im schlimmsten Fall Tramau. Und. Aber lustig. Das ist doch einmal herrlich. Warte. Und. Sind das echte Leute? Oder sind das irgendwelche? Ich bin ja auch ein bisschen amüsiert. Da erzähl ich mir schnell was ich machen kann. Damit wir das da unter die Kontrolle kriegen. Damit wir das da unter die Kontrolle kriegen. Ja, was sagst du Heimlich? Jetzt haben wir deine Geschichte aufgenommen. Deine Lebensgeschichte. Alles im Computer drin. Scheiß, wie immer ein Computer. Ich brauch das nicht. Nehmut ist das Scheiß. Du kannst Nummer 3 sein. Mit den Kassetten. Ja. Ja. Ja, Slime One. Ja. Komm, beruhig dich. Machst du ja noch gut. Wollen wir mich beruhigen? Wollen wir mich beruhigen? Wenn du ich mich beruhigig, dann ist die Welt sowieso so schön. Waisch! Ja, wirklich, wirklich. Ist das jetzt schon? Oder wie oder was? Dankeschön. Ahhhh. Das ist ja gleich wieder angenehm, Holger. Okay. Weiß irgendwer, was das ist? Was da los ist? Wer macht so was? Bis zum nächsten Mal.